Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Vanillecremeschnitten. Viele werden sie kennen, die kleinen Schnitten, welche die meisten wohl im Supermarkt aus dem Tiefkühlfach angeln, um sie dann zum Kaffee zu genießen. Die Rede ist von Vanillecremeschnitten, die einfach, besser und dazu noch günstiger aus der eigenen Küche kommen können. Für ein Backblech werden folgende Zutaten benötigt. Blätterteig 600 Gramm Blätterteig Etwas Kristallzucker Vanillecreme 3-4 Liter Vollmilch 100 Gramm Kristallzucker 80 Gramm Stärkemehl 3 Eigelb Klasse Medium Mag von einer Vanilleschote, ersatzweise selber gemachten Vanillezucker oder 2-3 pkg Vanillezucker 250 Milliliter Schlagsahne Prise Salz 2 Blätter Gelatine 2 Zentiliter Inländerrum optional Glasur 1 Eiweiß 200 Gramm Puderzucker Etwas Zitronensaft von 3 unbehandelten Bio-Zitrone Weitere Zutaten 200 Gramm Aprikosen Marmelade 1 Esslöffel Inländerrum optional Folgende Utensilien werden benötigt Nudelholz Nudelholz Backbrett 2 Backbleche ausgelegt mit Backpapier 2 Töpfe Feinsieb 3 Schüsseln Schneebesen Küchenmaschine oder Handrührer mit Rührbesen mit Schlagkessel Frischhaltefolie Teigschaber Citruspresse Backgitter Zubereitung Vanillecreme Die Vanilleschoten quer halbieren und das Mark kratzen Etwa 650 Milliliter Milch in den Topf füllen und mit dem Zucker aufkochen lassen In der Zwischenzeit die Stärke mit der restlichen Milch gut verquillen Dann die Vanilleschoten, Vanillemark sowie eine Prise Salz zur Milch geben und mit geschlossenem Deckel etwa 10 Minuten ziehen lassen Danach die Vanillemilch durch das Feinsieb in eine Schüssel filtern und wieder in den Topf zurückgeben Die Milch abermals aufkochen Die angerührte Stärke langsam unter stetigem Rühren unterrühren und nochmals kurz aufblubbern lassen Die Milch vom Feuer ziehen und die Eigelb unterziehen Den fertigen Pudding unter gelegentlichem Rühren abkühlen lassen, es sollte sich keine Haut bilden Während der Kühlzeit die Gelatine in kaltem Wasser einweichen Wenn der Pudding erkaltet ist, die Schlagsahne steif aufschlagen Den Rum in einem Topf erhitzen und die Gelatine darin auflösen Die aufgeschlagene Sahne mit dem Teigschaber unterheben Dann die im Rum aufgelöste Gelatine einrühren Die Vanillecreme mit Frischhaltefolie abdecken und im Kühlschrank für etwa eine Stunde kalt stellen Blätterteig Das Backrohr bei Umluft auf 200 Grad Celsius vorgeheizen Die Blätterteig laut Rezept zubereiten bzw. gekauften Blätterteig auftauen lassen Den Teig halbieren und jede Hälfte etwa 2 cm dünn und gleich groß ausrollen Die Backbleche mit Backpapier auslegen und die beiden Blätterteigplatten darauf legen Den Teig mit etwas Zucker bestreuen Im vorgeheizten Backrohr mit Umluft bei 180 Grad Celsius für etwa 8 Minuten goldgelb backen Dann aus dem Backrohr nehmen und auf abkühlen lassen Fertigstellung Die Marillenmarmelade mit dem Rum glatt rühren Eine Blätterteigplatte mit der Marmelade gleichmäßig bestreichen Die Vanillecreme darauf verteilen und glatt streichen Mit der zweiten Blätterteigplatte abschließen Für die Glasur den Staubzucker mit dem Eiweiß sowie etwas Zitronensaft glatt rühren Es sollen keine Klumpen mehr vorhanden sein Die Vanilleschnitten mit der Zuckerglasur glasieren und die Glasur fest werden lassen Danach mit einem Sägemesser portionieren und zur Beilage nach Wahl servieren Hinweis